Musik So, ich will jetzt ins Dorf. Fudi und Blim sind noch immer nicht zurück. Nee. Ich glaube, ich besorge uns einen Honigkuchen. Julfest ohne Honigkuchen ist ein Mist. Kommst du mit? Nö, ich bleibe lieber hier und ruhe mich noch ein bisschen auf. Na, wenn du hier faul rumsetzen willst, bitte. Ich gehe jetzt. Ja, ja, viel Spaß. Entschuldigen Sie bitte. Wo gibt es hier eine Bäckerei? Ich möchte einen Honigkuchen kaufen. Ich habe keine Zeit, Kleine. Aber ich will doch nur... Lass mich in Ruhe. Sehr hilfsbereite Menschen hier. Entschuldigen Sie die Dame. Können Sie mir sagen, wo Sie das Brot gekauft haben? Lass mich in Ruhe, du Kleine. Ich hab's eilig. Ja, dein Eilbein, du blöde Kuh. Äh, äh, Entschuldigung. Hey Kleine, siehst du nicht, dass wir uns unterhalten hier? Ja, nee, ist klar. Keine Zeit für mich. Stör uns nicht. Der Schnee hier ist schön, das war's dann aber. Jetzt lauf ich einfach mal zum Westdor und frag ne Rache. Hey, Moment mal, was das denn da komisch ist? Das kann ich mir mal angucken. Sieht ja seltsam aus. Was ist das? Hä? Das sieht ja aus wie Strampi. Strampi! 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 Ich muss dir was erzählen! Strampi, mach die Tür auf! Was ist ja Oh. Untertitelung des ZDF, 2020